Erst kürzlich äußerte sich Tübigens Oberbürgermeister Boris Palmer angesichts von Rassismusvorwürfen seines Rottenburger Amtskollegen Stefan Neher, dass der Begriff Rassist heutzutage auf jeden angewandt werde, der auf Probleme mit der Flüchtlingspolitik aufmerksam mache, und zwar völlig willkürlich und sinnlos. Auch der ehemalige Münchner OB Christian Ude sei schon als Rassist bezeichnet worden, weil er die Unterscheidung in Staatsbürger und Flüchtlinge betont hatte, so Palmer. Der Journalist Karl Eduard von Schnitzler alias Sudelede, Chefdemagoge des DDR-TV und Herr der Propagandasendung Der Schwarze Kanal, klärte bereits 1961 über die Guten und die Bösen auf, so wie die Bürger der Sozialistischen Republik es zu verstehen hatten und die Deutungshoheit dafür hatte die Sozialistische Einheitspartei. Viele Menschen vertrauen heute dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen als eine Art Wahrheitsgarant blindlings. Der kürzlich abgegebene Kommentar von Brigitta Weber, stellvertretende Chefredakteurin des SWR, wirkte wie ein erweiterter Aufruf der Regierung. Unter dem Titel »Lasst euch nicht instrumentalisieren« richtete sie sich wörtlich und stellvertretend für die vielen an die Kandeler Bürger. Unsere Gesellschaft lebt von Empathie für andere, doch diese Gefühle werden missbraucht. Kühl kalkuliert von NPD, von AfD-Politikern und von Rechten. Sie versuchen die Wut in Hass umzuwandeln, das Entsetzen in Angst.